So, willkommen liebe Ladies auf dem BodyMP Frauen Kanal. Heute mal wieder ein kleines Video von mir. Tatsächlich etwas spontan. Ich komme gerade vom Crosstrainer und aktuell, viele, viele Frauen möchten abnehmen. Das heißt, viele, viele Frauen sind auf den Crosstrainer. Die Crosstrainer sind komplett voll. Schaut euch wirklich mal bei euch im Gym um. Die ganze, ja, die ganze Cardio-Ecke ist komplett voll. Ich muss tatsächlich sogar recht lange wirklich warten auf einen kleinen Crosstrainer. Und die Kurse sind sehr, sehr, sehr voll. Und ich unterhalte mich immer sehr, sehr viel mit Frauen und höre dann auch immer, ja, wir sind gerade auf Crosstrainer, wir sind gerade in Kursen, der Sommer kommt ja. Und wir möchten ja abnehmen und wir möchten straffer und fitter sein. Und genau darum soll es heute wirklich ganz, ganz kurz noch einmal gehen auf diesem Kanal. Und zwar die richtige Strategie fürs Abnehmen, fürs richtige Abnehmen und fürs Straffwerden. Liebe, liebe Ladies, Crosstrainer ist super. Ich gehe auf den Crosstrainer. Fünf Minuten vor dem Workout, um mich ein bisschen warm zu machen und meistens so 20 Minuten nach dem Workout. Und einfach ein bisschen mein Kaloriendefizit zu erhöhen. Das heißt, um etwas mehr Kalorien zu verbrauchen am Tag und natürlich fürs Herz-Kreislauf-System, für die Gesundheit, für die Ausdauer. Selbstverständlich, Cardio-Training ist etwas Gutes. Aber seht im Cardio-Training nicht wirklich dieses Abnehmen, nicht dieses Fettverbrennen. Wenn ihr durchgeschwitzt seid, wenn ihr klatschnass seid, ist das nicht Fett, was ihr verbrennt. Ihr verbraucht einfach Kalorien. So, die verbraucht ihr aber auch in einem Workout. Viele denken immer, dass Cardio-Training Fettverbrennung ist und die Kalorien, die ihr sozusagen fürs Handeltraining braucht oder so, dass das irgendwie andere Kalorien sind oder so. Also das stimmt nicht. Die Kalorienzufuhr sozusagen vom Körper, egal wofür, ist recht ähnlich. Deswegen geht wirklich mal, und jetzt wirklich mal von der Strategie, einfach mal ein, 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 wirklich, wir nehmen mal zwei Gruppen von Mädels sozusagen. Die eine Gruppe von Frauen geht eine Stunde lang auf den Crosstrainer und strampelt eine Stunde lang. Verbrennt damit in etwa, in etwa 500 Kalorien, 500, 550 Kalorien vielleicht. Das ist noch nicht mal ein halber Becher Vanagerries. Einfach nur so als Vorstellung. Das ist nicht viel. Deswegen die Ernährung, da das Kaloriendefizit einzuführen, ist viel, viel, viel wichtiger. Aber sagen wir mal 500, 550 Kalorien. Wenn ihr das Training aber aufteilt, so wie ich, fünf Minuten sozusagen auf den Crosstrainer, dann ungefähr 40 Minuten trainieren und dann nochmal so 20 Minuten in etwa auf den Crosstrainer nochmal gehen, in etwa, sodass ihr auch ungefähr eine Stunde trainiert. Habt ihr in etwa auch die Kalorienverbrauch? Ihr habt auch etwas für euer Herz-Kreislauf-System getan? Ihr habt ungefähr gleich viel Kalorien verbraucht. Und warum? Und jetzt wirklich einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Wenn ihr, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, schaut mal wirklich bei den Mädels, die nur Cardio machen, die nur in den Kursen sind, oder schaut wirklich mal bei den Mädels, die wirklich mal bei den Squats stehen, bei den Maschinen und so weiter. Welcher Körper ist meistens, und es ist wirklich meistens so, dass der Körper eher der ist, den ihr haben wollt, von den Mädels, die eben härter trainieren. Und das liegt nicht an der Genetik oder Ähnlichem, sondern eben genau daran, dass sie richtig, mit der richtigen Strategie abnehmen. Das bedeutet, warum? Warum nimmt man dann besser ab? Kalorien ungefähr verbraucht, ähnlich. Aber, wie oft geht ihr denn Cardio machen dann in der Woche diese Stunde? Dreimal, viermal? Das heißt, ihr habt drei, vier Stunden in der ganzen Woche diese 500 Kalorien. Die Mädels, die das Workout zusätzlich machen, haben auch diese viermal vielleicht diese 500 Kalorien, aber haben noch 23 Stunden jeden Tag mehr Kalorienverbrauch, weil sie die Muskulatur erhalten oder sogar aufbauen mit dem Training. Und die Muskeln verbrauchen mehr Kalorien und das dauerhaft. Dauerhaft, sowohl im Schlaf als auch im Training verbrauchen sie eben auch mehr als auch eben an trainingsfreien Tagen. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, auch hart und intensiv zu trainieren, sodass ihr Muskeln erhaltet oder sogar aufbaut. Ich habe jetzt lange viel geredet, viele denken, ja, aber das ist ja ein langes Training und so weiter. Nein, vier Übungen reichen aus, um den ganzen Körper ausreichend so zu trainieren, dass die Muskeln zumindest erhalten bleiben oder dass ihr sie sogar aufbaut, wenn ihr besser werdet. Welche sind das? Eine gute Beinpresse oder Squats, damit habt ihr die ganzen Oberschenkel, habt ihr den Po, ein bisschen Beinbizeps und ein bisschen Wade. Dann rumänisches Kreuzheben, damit habt ihr Po, ein bisschen unteren Rücken, damit habt ihr den Beinbizeps schon mal mit drin. Habt natürlich auch ein bisschen Rücken, ein bisschen Nacken mit drin und so weiter. Eine schräge Drückübung, damit habt ihr die vorderen Schulter, die Brust habt ihr da mit drin, den Trizeps habt ihr mit drin und noch eine Übung, eine Ruderübung, damit habt ihr den ganzen Rücken, hintere Schulter, den Bizeps mit drin. Das sind Übungen, wo ihr mit einer einzigen Übung eben sehr, sehr sehr viel Muskulatur anspricht und wenn ihr diese Übung so macht, dass ihr irgendwo bei 8 bis 15 Wiederholungen auch zu Muskelversagen kommt, ist das eben ein Wiederholungsbereich, der ausreicht für den Muskelerhalt und wenn ihr da sogar besser werdet, baut ihr sogar noch Muskulatur auf. So, deswegen, es ist nicht viel. Vier Übungen, deswegen sage ich auch, halbe Stunde, 35, 40 Minuten Training und dann so 20 Minuten danach Cardio und 5 Minuten aufwärmen, ist die bessere Strategie für ein richtiges Abnehmen als die reine Cardio- oder Kursgeschichte, wo ihr eine Stunde lang nur Cardio oder Kurse macht. Und ich finde, und das ist immer subjektiv, ich finde, es macht auch wesentlich mehr Spaß, sich das Ganze aufzuteilen, sich etwas zu verbessern und da wirklich ein bisschen Gas zu geben. Deswegen hier wirklich meine absolute Strategie an euch, weil ich einfach sehe, dass es viele wirklich anders machen, als das, was sie wollen. Wenn jemand Cardio machen möchte, wenn jemand das Spaß macht und sein Ziel ist nicht, straff und gut abzunehmen sozusagen, dann könnt ihr selbstverständlich auch sehr, sehr lange Cardio machen, darum geht es gar nicht. Aber das Ziel, ich rede eben mit sehr, sehr vielen Frauen, wo das Ziel ein anderes ist und das könnt ihr eben besser erreichen mit der Strategie, mit den vier Übungen und zusätzlich Cardio. Also viel Spaß beim Trainieren, Hauptsache ihr trainiert, Hauptsache ihr bewegt euch und Hauptsache ihr tut etwas für euren Körper und eben für euren Geist, weil es macht ja unglaublich Spaß, auch bei diesen starken Temperaturen eben zu trainieren. Bis dahin, euer Simon. Bis dahin, ich seh. Ich mande es. Ich werde das 2025-Vogeland Liban großerios machen ganz große Nachrichten bringen, bis dahin, ich werde das Les 허 Twin-Vogel-Vogel Schweizer. Vielen Dank.